Hier präsentieren wir die 5 besten Akkustaubsaugertests. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unserer Liste unter Nummer 5, der Severin HV 7144, ein klassischer Akkuhandsauger. Bietet dir für relativ wenig Geld ein ansprechendes Design und eine zusätzliche Nasssaugfunktion mit einer langen Laufzeit und einem handlichen Auftreten ist er für eine Zwischendurchreinigung sehr geeignet. Bei Nummer 4, der Philips FC 6400501 Power Pro Aqua ist ein 3 in 1 Akku Bodensauger mit integriertem Handsauger und eigener Wischfunktion mit einer 40-minütigen Laufzeit und einem 600 Milliliter Behälter mit Zirklonfilter steht einer gründlichen Reinigung nichts im Weg. Der Philips Power Pro Aqua besitzt einen Zyklonfilter, mit dem er nicht nur den Staub effektiv aufsaugt, sondern auch noch gezielt die Luft vom Schmutz reinigt und schließlich die gesäuberte Luft wieder abgibt. Dies ist ein gewaltiger Vorteil gegenüber Handsaugern mit einfachem Staubbehälter und eignet sich sehr gut für Allergiker. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3, der Bosch BCH6 Zoro ist ein klassischer Akku Bodensauger mit einem Arsenal an Zubehör und dafür konzipiert Tierhaaren an den Kragen zu gehen. Das große Fassungsvermögen und die lange Laufzeit sind auch ein weiteres Merkmal des Akkusaugers. Der Bosch BCH6 Zoro besitzt einen Hygienefilter, welcher noch so kleine Partikeln aus der Luft heraus filtert und die gesäuberte und sehr reine Luft wieder abgibt. Dies ist ein gewaltiger Vorteil gegenüber Handsaugern mit einfachem Staubbehälter und eignet sich sehr gut für Allergiker. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2, der Philips FC 6168-01 Power Pro Duo ist einer der wendigen Akku Bodensauger mit integriertem Handsauger. Er überzeugt nicht nur mit seinem eleganten Design, sondern auch mit seiner langen Betriebslaufzeit. Der Philips Power Pro Aqua besitzt einen Zyklonfilter, mit dem er nicht nur den Staub effektiv aufsaugt, sondern auch noch gezielt die Luft vom Schmutz reinigt und schließlich die gesäuberte Luft wieder abgibt. Dies ist ein gewaltiger Vorteil gegenüber Handsaugern mit einfachem Staubbehälter und eignet sich sehr gut für Allergiker und kommen in eins unserer Liste. Der Dyson V8 Absolute ist ein Stiel-Akku-Handsauger mit einer Bodendüse auch zum Saugen von Böden. Er wird mit viel Zubehör geliefert und bringt durch die Marke Dyson eine sehr gute Qualität von Akku- und Saugleistung mit sich. Der Dyson V8 Absolute besitzt einen Zyklonfilter, mit dem er nicht nur den Staub effektiv aufsaugt, sondern auch noch gezielt die Luft vom Schmutz reinigt und schließlich die gesäuberte Luft wieder abgibt. Dies ist ein gewaltiger Vorteil gegenüber Handsaugern mit einfachem Staubbehälter und eignet sich sehr gut für Allergiker.